Habt ihr schon mal ein Fußballstadion gebaut? Habt ihr schon mal ein Fußballstadion gebaut? Fußballstadion gebaut? Ey, ich würde jetzt Pleasant Park gehen. Ohne Witz ist das ne geile Zeite, Alter. Da kann man richtig geil... Lass hin, lass hin! Auf geht's, Jungs. Wusstet ihr, wenn ihr den Fallschirm spammt, dass ihr immer so auf und zu macht, dass ihr damit noch viel weiter fliegen könnt? Der Speed ist auf 200% dann. Ich glaube, man macht sogar Saltos und gewinnt das Game. Du, wenn du es schaffst, das 99 Mal zu machen, sterben alle anderen Spieler. Es wäre so behindert einfach. Das bringt doch gar nichts. Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Tankstelle? Wo wir gerade waren. Nein, jetzt hör doch mal auf, Alter! Ich will aber zur Tanke, ich brauch eine schwarze Dose, Alter. Ich bin schon unten in der Tanke. Was nehm ich hier? Oh geil, Munition. Klatsch ich denen ins Gesicht. Eine Trabby Traps. Okay, tu ich mal hier raus. Mach doch die Tür zu, Alter! Hallo! Oh mein Gott. Ich kann die Tür nicht zumachen. Ist doch verarsche, wirklich. Ja, sehr fair der Loot hier mal wieder, ne? Mhm. Ja, ich hab keine Waffe. Hä? Sag mal, wollen die mich verarschen? Oben ist nicht mal ne... Hä? The hell, Alter. Ohne Scheiß, hier ist keine Waffe. Ohne Scheiß, hier ist keine Waffe. Wow, ah endlich. Hallo! Hallo! Ja? Was? Ja! Hey Jan, wo bist du denn? Hallo! Gomme! 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 Gomme HD! Boah! Boah! Wieso ist hier kein anderer da? Ja, wo sind die alle? Sag, die ist Party. Wollt ihr mit dem Ball ane? Hey! Wollt ihr mit dem Ball ane? Wollt ihr mit dem Ball ane? Was ist hier? Hier, Jan, ich hab Trank für dich. Nice. Jan, ich tränke den nicht, der lag im Keller. Tränke den nicht, ohne Witz. Jan macht das auch immer im Club. Meinst du, da ist Gift drin? Der lag echt im Keller. Ach du Scheiße. Sag mal, wo sind die Leute? Ich weiß nicht mehr, ob ich dir vertrauen kann, Jan. Hier. Hier, den Wundertrank. Oh, ich hab auch einen. Sind das kleine Tränke? Ja, ein kleiner. Einer. Oh, geil. Gib her. Hier, da liegt der doch. Ja, damit, helder, ich brauch mal ne tägliche Dosis Schildtränke. Nice. Wo sind sie denn? Bei mir im Haus ist ne Kiste. Bei mir im Haus ist ne Kiste. Okay, ich komme. Ja, geil, ja. Ich bin aus der Tür. Ich bin gleich da. Ich mach jetzt die Tür auf. Ich hab's praktisch einfach gar nicht, was abgeht so. Entbehindert, ich baue so eine. Wo seid ihr halt, ey? Hier ist ne leere Kiste, fuck. Sag mal, was ist hier? Das ist meine... MEINE! Das ist einfach... Wo ist denn diese Kiste, Alter? Wo sind die Leute? Wo sind die Leute? Hä? Ich konnte die einfach nochmal öffnen. Hä? Kaffel-Ut? Hä? Ähm... Ich glaub das... Das ist einfach so voll die gestörte Runde. Meine Mutter hat... Ich weiß da auch nicht. Ah! Ich hab nen Schuss abbekommen. Wer war das? Mein Leben ist in Gefahr! Mein Leben ist in Gefahr! Ich hab einfach drei große Schildtränke jetzt. Geil! Boah! Ey, Juhuun! Komm in mein Haus! Hä? Hatten wir ne... Hatten wir ne Schrottflinte oder so? Juhuun! Ich hab noch nen Schildtränk! Ja, ja, ja! Hallo? Hatten wir Schildtränke? Nein! Was machst du da? Hör auf! Hör auf damit! Hey, was machen wir jetzt? Ha ha ha! Hör auf! Du kleiner Wichser! Iäää! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Komm mal her Jan, hol dir mein Schildtrank hier. Bei mir ist ein großer drinne. Geil! Ich hab nen großen hinten drin liegen. Ha ha ha! Ja, 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 oh. Ah, nice. Keine Munition mehr. Wärst du einfach stehen geblieben, Rehwi? Da hätte ich nicht so viel verschwendet. Ah, ha, ha. Ach ja, Jungs. Ich hoffe, das hier auch vertanke. So, wo gehen wir hin? Schön, ändert sie hier. Ja, dann war hier alles kaputt. Lass mal den gesamten Park abbauen, bitte. Lass mal machen. Habt ihr schon mal ein Fußballstadion gebaut? Habt ihr schon mal ein Fußballstadion gebaut? Fußballstadion gebaut? Was machen? Wollen wir ein Fußballstadion bauen? Lass mal machen. Okay, komm, mach mal. Okay, komm. Wir brauchen aber noch Holz. Wir bauen jetzt einfach die größte Festung in Fortnite. Dann kriegen wir einfach Headshot. Voll geil. Ich bin der Holzlieferant. Stein, Holz und Metall. Das sieht doch schon ordentlich aus. Boah, Junge, wie viel das ist. Bau weiter ab. Da hinten ist jemand. Wo? Bei 240 SW. Die beobachten uns gerade. Im Wald oder wo? Ich hab kein Holz. Ja, im Wald sind die. Hier, Holz und Stein. Ey, Jungs, ich fische schon 3 zu 0. Ich bin der halblichste Fußballspieler, Alter. Man nennt mich auch Cristiano Ronaldo. Oder Oliver Darm. Wer kennt die nicht? Die sind immer noch da oben im Wald. Die kommen runter, die kommen runter zu uns. Die kommen runter zu uns. Ey, jetzt ohne Scheiß. Warte, hier. Schaut mal hier. Warte. Ich muss hier was Schönes bauen. Hier. 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 Was soll denn das sein? Und hier. Und jetzt. Hier. Geil. Wollen wir rüber zu den Fliegen? Ja, lass mal machen. Schießen die unser Ding kaputt. Ja, komm, wir müssen jetzt da rauskriegen. Hey, die haben das kaputt gemacht, diese ***. Die sind da bei 270. Ey, ich bumse hier jetzt. Ich habe keine gute Waffe. Wo ist der? Einer schon auf dem Haus gegenüber. Gegenüber, hier ist das weiße Haus. Ist schon einer am Dach drauf. Die sind dahinter jetzt. Haben ihn gehittet, haben ihn gehittet. Oh mein Gott, die sind oben. Haben mich gefinished. Ist der Freund da noch? Verlebt mich mal wer. Wo ist der denn? Warte mal, der Freund ist der. Wir sind im Haus, im Haus. Da ist den. Da ist den. Da ist den. Da ist den, bei wegen. Der ist dahinter. Was soll das hier? Ich habe einen von denen schon daumen. Einer von denen schon tot. Bei mir die packen die, ne? Ne, ne. Ich kann ihr Schildrenkel geben, Schatz. Danke. Red mit Cengiz, nicht mit dir. Warte. Hier, nimm. Ui. Hast du einen down, Cengiz? Ne, der wurde noch angehittet. Muss mich kurz heilen. Einer ist vom LKW, der ist sehr, sehr, sehr low. Wo? Der ist tot. Noch jemand? Läufst du hier rum? Oh mein Gott. Wo, 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 wo? Wo ist der? Aber down. Wo war der? Der ist da rumgelaufen. Okay, lass es mal nix. Vielleicht haben die auch Holz für unser Stadion. Das Stadion muss wieder aufgebaut werden. Ja, Mann. Was soll das, Alter? Weißt du, wir machen hier so ein Projekt und die gehen einfach hin und machen das kaputt. Ey, wer von euch hat AR-Munition für mich? Ich brauche unbedingt, ich habe keine Stadion mehr. Ich habe gar nichts mehr. Neue Border kommt. Ich hoffe, im Stadion. Okay, lass mal auf. Oh, den Fixer. Vier Sekunden. Okay, nice. Jetzt kann die Häuser noch abbauen. Stadion. Nein, fuck. Tempel, Tempel, Tempel. Scheiße, Mann. Oh, Lutjob direkt vor unserer Nase. Was? Ey, nur noch zwölf Leute leben, ne? Oh, nice. Voll, da ist ein Schuss drin. Habt ihr Raketen-Money? Ja, warte. Hast du Raketenwerfer? Ja. Lass dich auf den Berg gehen, Jungs. Welche Seltenheit? Legend. Oh, geil, Alter. Ja, die haben dabei Lootback gebaut. Okay, lass eine Base bauen. Ja, oben auf dem Berg halt, ne? Guck mal, wenn wir hier so richtig... Das Turren bauen, komm. Das Turren bauen. Ja, aber hier, hier, hier. So, hier ist am sichersten. Hier, komm her zu mir, komm her zu mir. Hier hin. Hier hin. Ey, mit Steinen unten bauen. Stein. Stein und Eisen. Immer wichtig. Nein, nein, warte, mach hier mal weg. Mach hier mal weg. Du musst Treppe hin. Okay. Als ob wir... Ey, wenn wir das noch gewinnen, ne? Safe. Wir könnten... Hinter uns könnten die halt kommen, ne? Aber wenn... Wenn, dann sind wir ja... Also relativ... Ja gut, jetzt sind wir halt relativ safe. So von hinten, weißt du? Ja, so ist gut. Wir können überall rein in den Turm. Das war ja geplant, Digga, oder? War safe geplant, oder, Jungs? Ja, jetzt sind keine dummen Fehler. Bist in Headshot-Range. Raketenwerfer, wie viel Schuss hast du? Wo sind die denn? Ach, die kämpfen da bei Loot Lake. Dengis, wie viel Schuss hast du? Sechs. Ne, sieben. Äh... Die kämpfen da unten bei Loot Lake. Boah, was haben die denn gebaut, Alter? Boah, wo kämpfen wir? Ach, da. Wow, wow, wow. Vorsicht, ich bin geschossen. Vorsicht, Revi, das kommt von... Ja, ja, lass warten. Das war knapp. Hey, wie hoch ist unser Turm? Was zur Hölle? Oh mein Gott. Der hat mich da runtergeschossen, der Penner. Ich check gar nicht, von wo der schießt, ey. Der ist da. Ah, der wird jetzt verschluckt, glaub ich. Was war das? Ist der im Busch? Nächste Zone ist weit weg von uns. Vorsicht, Revi. Da unten bauen die. Ja, direkt unter und Dengis mit dem Raketenwerfer mal rein. Ja, mach ich da. Der hat damage-flugge passiert. Ja, die schießen da. Schau dir das jetzt an. Ich hab einen tot. Nice. Oh mein Gott. Dengis, dein Maid ist auch da. Ja. Bam. Nein. Der ist tot, ne? Ey, es leben nur noch fünf andere Leute. Oh mein Gott. Noch ein tot. Oh, kacke. Hier von unten schießt wer. Genau unter uns. Oh, nice. Ich hab einen getroffen. Der ist unter dem Haus. Ja. Ja, da ist er. Warte, ich treff die. Oh mein Gott, ich hab die down. Ey, wir müssen wegen Zone kommen, Jungs. Ach du kacke. Der ist da, der ist da. Der ist bei diesen Treppen, der ist bei diesen Treppen. Seid ihr unten? Ah, da, ich seh's. Ich hab noch zwei Schuss mit Raketenwache. Hab ihn getroffen. Keine, keine Masse. Der ist da hinterher, ja genau, der ist da. Der belebt sein Volk. Wo genau? Die sind so low, die sind so low. Ey, wir müssen pushen, komm, wir müssen pushen. Komm, Rewi. Ich hab keine Munition mehr. Na, als ob wir das gewonnen haben, Alter. Mega, Jan hat richtig losiert, Alter. Was zur Hölle, wie viel Kills, Jan? Hier. Geil, ich hab zwei. Nice Runde, Leute. Alter. Echt nice. Sehr, sehr geil. So, Leute, ich würde sagen, das war's für heute. Schaut auf jeden Fall bei den anderen vorbei.